Ich will dich, dass du mir hörst. Ich will dich so lange verheerst, dass du immer einig denkst, wie ein Schmuckstück an mir hängst. Der Turm stand in Scherben und so. Rio hat auch das erste mit deutschen Texten. Irgendwie geht das. Zwar war das noch nicht so der Breitensport, wo die ganze Nation am Kopf steht, aber so die ersten Funken, Funksprüher. Und das fanden wir auch sehr wichtig. So, die Dinger macht kaputt, was du euch kaputt macht und so. So Widerstand, Gegenstände. Schlagworte, die wir wollen, die gesprochen werden, die gesagt werden und die man in bestimmten Situationen erkennt, was damit gemeint ist. Und die dann agitieren können. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Wenn er gespielt hat, sei es nun am Klavier, in seinem Zimmer, sei es an seiner Gitarre, sei es, wenn er Kämpfe geführt hat, mit wem auch immer. Der war schnell unterwegs.